Wartest du etwa schon lange? Mein ganzes Leben, Baby. Bin schon auf dem Weg. Oh nein. Diese dumme Schlampe. Tut mir leid. Nein, nein, ich erledige das. Keine Skateboards. Versprochen. Ich wollte nur sagen, dass es mir leidtut, falls es meinetwegen Probleme gab. Was hast du hier zu suchen? So wie ihr zwei. Das will ich auch. Der Prospect? Ja. Er ist genau der Richtige. Und was, wenn es nicht funktioniert? Wenn die anderen mal kosten wollen? Dann bin ich weg. Ich bin wegen niemand anderem hier. Wenn du ihm auch nur von Ferne mal zugrenzt, dann ramm ich dir meine Faust so tief in deinen mageren Arsch, dass sich deine Körbchengröße verdoppelt. War das die Methode für deinen Vorbau? Du verknallst dir lieber jeden Spruch. Ja, man. Und ich verspreche, ich halte mich fern von deinem Mann. Ich werde nicht mal lächeln. Das wird gut verheilen. Ja. Und bei dir? Ich werde klarkommen. Alles besprochen, ja? Ganz locker. Aus dem Dreier wird nichts werden. Habe ich denn irgendwas von dem Dreier gesagt? Ich sehe es dir doch an der Nasenspitze an. Bring mich nach Hause. Ja, Ma'am. Ja, Ma'am.